Inzwischen war es 8 Uhr abends und der Verkehr in der Hauptstadt des Landes mit den kürzesten Arbeitszeiten war längst zur Ruhe gekommen. Der Junge, der unten an der Ecke der Tolbogata auf der Treppe stand, hatte die Nummer 23. Harry ging zu ihm, ohne nach links oder rechts zu schauen. Violin, ein Viertel Gramm. Der Junge musterte Harry von Kopf bis Fuß. Und, fragte Harry, du musst warten. Ich kann nicht warten, bis du einen ganzen Zug zusammen hast. Ich zahle dir ein Hunderter extra. Der Junge maß Harry mit den Augen. Als sich ihre Blicke wieder begegneten, wusste Harry, was der Dealer dachte. Ein hässlicher Geschäftsmann mit seltsamen Anzug und kontrolliertem Verbrauch. Wieder so einer, der eine Todesangst davor hatte, dass ein Kollege oder jemand aus seiner Familie vorbeikam. So ein Typ bettelte doch förmlich darum, beschissen zu werden. 600, sagte der Junge. Harry seufzte und nickte. Der Junge setzte sich in Bewegung. Harry nahm an, dass er ihm folgen sollte. Sie bogen um eine Ecke und traten durch eine offene Toreinfahrt auf einen Hinterhof. Der Dopemann war schwarz, vermutlich ein Nordafrikaner. Ein Viertel, sagte das Arsenal-Trikot 23. Der Dopemann nahm etwas aus seiner tiefen Jackentasche und reichte es Harry mit der Handfläche nach unten, sodass man es nicht sehen konnte. Harry warf einen Blick auf das Tütchen. Das Pulver war weiß, mit ein paar winzigen, schwarzen Partikeln. »Ich habe eine Frage.« Harry steckte das Dope in seine Jackentasche. Die beiden anderen erstarrten. »Hat jemand von euch dieses Mädchen gesehen?« Er hielt ihnen das Bild der Familie Hansen hin. Sie warfen einen Blick darauf und schüttelten die Köpfe. »Wer mir einen Anhaltspunkt geben kann, irgendein Gerücht, irgendetwas, kriegt 5000 von mir.« Die beiden zuckten nur mit den Schultern. »Ja dann«, sagte Harry. »Aber ich habe eine Bitte. Richtet Dubai einen Gruß aus und sagt ihm, dass ich Informationen für ihn habe, die ihn interessieren werden. Über Oleg. Sagt ihm, dass er ins Leons kommen und nach Harry fragen soll.« Im nächsten Augenblick war die Waffe gezückt. Eine Beretta, 9 mm, kurzer Lauf, ein unangenehmes Teil. »Bist du ein Bulle?« »Nein.« »Du lügst doch. Du drückst doch gar nicht. Du bist so ein scheiß Drogenfahnder.« »Ich lüge nicht.« Der Dope-Mann nickte Nummer 23 zu, der einen Schritt auf Harry zutrat und den Ärmel seiner Anzugjacke hochschob. Ein leises Pfeifen war zu hören. »Scheint, als ob dieser Typ wirklich drückt.« Harry hatte eine gewöhnliche Nähnadel genommen, die er unter der Flamme seines Feuerzeugs sterilisiert hatte. Er hatte sie an vier oder fünf Stellen tief in seinen Unterarm gestochen, etwas gedreht und die Einstichstellen dann mit Salmiakseife eingerieben, damit sie rot und wund hervortraten. Danach hatte er an zwei Stellen eine Vene im Ellbogen punktiert, sodass sich Blut unter seiner Haut angesammelt und ein paar effektvolle blaue Flecken gebildet hatte. »Ich glaube, der lügt trotzdem,« sagte der Dope-Mann. »Hey, Bulle, los. Spritze aufziehen. Und du nimmst aus deiner Tüte.«